Der Ausprung, meine Brüder, unser Kulani-Sanweis und gratis hat die Mannschaftspolitik hier von Hongkong und London-Mannschafts-Weltmeisterin. Ach, warum wir bei den Weltmeisterschaften entscheiden, mit diesem Pferd Europameisterin 2017. Wir sind jetzt der Geschenk von der Freizeit und London-Mannschafts-Weltmeisterin. Und auch hier ist alles auf Grün, SRB, Herob, OLT und Egil Klimke mit einem Wilburry-Bunny auf dem Rücken. Und mit Jungen, wo ist der? Mit Jungen gerade im SRB-Komplex, oh, nicht hier, ganz optimale Linie, den Kopf über das erste Häuschen, dann war das gut gegangen, dann die Wüste im Wasser, jetzt das zweite Häuschen im SRB-Komplex, die zweite Klasse, die große Klasse, die zwei beiden, ja, jetzt kommt noch ein Mal, jetzt kommt noch ein Mal, jetzt kommt noch ein Mal, die Konzentration, bevor es im Stadion geht. Der Komplex, FDR, wo wir im Moment noch auf den vierten Platz reinschauen, wie weit er sich davor beschwingt kann, der ist, Lüchel, FDR. FDR, der ist der Preis, wir haben gleich jetzt über die DTHL-Komplex und Richtung Honigstraße. SRB, Helbock, OLB, Flinke, Gelade, den SRP-Kabletz, Teele ist frei. Wir sind gerade 14, noch da nach dem Sext. Und auf vier, sieht die Zahn sehr gut aus. Und den Ensen, den Bobby. Neuseeland, übrigens in der Runde den besten in der Teamwertung hier beim SRP-Kabletz. Und jetzt ist Tim Kraus auf dem Weg jetzt zu Wasser. Ja. Und Ego, es ist noch nicht so gut. Der Runde den Stabak und der Kabel, der Stabak und der Stabak und der Stabak. Der Stabak und der Stabak und der Stabak und der Stabak. Es waren die 18.00 Uhr, in der 50 Sekunden. Zürich! Für den Mann, die Stabak und der Stabak. Jetzt haben wir die Stabak und die Stabak. Und Ego, sie sind viermal. Ja, es ist passiert. Und die Sonne ziel! Super! Nach zwei Sekunden auf der Uhr. Sechs Minuten und dreiundfünfzehn. Das heißt, es bleibt bei dem Ergebnis von gestern von 24,7 Punkten. Auf jeden Fall hat sie dann drei. Und wir schauen gleich mal, was die anderen machen. Six minutes and fifty-three seconds. A clear round.